Gucken wir noch mal ob wir hier angreifen können. Da bin ich mir nicht sicher. Level 13. Ja. Das Level ist echt gar nicht mal so kurz. Das ist nicht möglich. Oh, der Boomerang, das wäre schön gewesen. Und es scheint, als gäbe es den Laufmann der einen Stelle. Oh, und da haben wir die Boss-Tür. Ich könnte den jetzt mal versuchen. Ausstufen kann man nicht bekommen. Oh, und ich ziehe die Pfad nicht ab. Ähm, bleiben uns die Karten. Hm. Ich denke, da gibt es noch nichts. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Oh, wir haben ihn tatsächlich geschafft. Das hätte ich nicht gedacht. Und haben zwei Level-Ups bekommen. Ja. Geht's dir gut? Was tust du hier? Versuchst du dir meinen Ruhm einzuhalten? Was? Was redest du da? Ich will einfach nur den Meister retten. Du stehst mir im Weg. Ich werde Dracula selbst töten und dann... Hm? Ich weiß grad selber nicht, ob ich die Stop-Runde heben soll oder... So, wir haben jetzt die Kick-Boot-Received. Äh, bekommen. Ähm... Jump against walls for extra high, in extra Höhe. Push forward and move button to execute, ja. Ja, wie ihr seht, so klappt das. Ich glaube... Ich nehme sie mir jetzt einfach mal weg. Ich würde sie irgendwie gerne nehmen, aber... Ich bin da noch nicht so im Vertrauen, dass das... Ich hab's nicht in den Ferzen da gefangen, wo... Ich bin da noch nicht in den Ferzen da gefangen. Was für ein Rettungssport schon fast Ähm Ja Fast Energie benutzen Und ich denke ich werde jetzt hier noch ein bisschen wenig Ach natürlich Ich bin auch schon sehr knapp dran Ich möchte jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen ausstufen Gucken was hier nochmal alles war Ob ich hier vielleicht schon diese Jumpdinger benutzen kann Puh, das ist ja, da kommt ein bisschen sehr viel mit Aber hier war nichts mehr Okay Ich denke, wenn wir einfach des Weges zurückgehen Boah, ja, sehr schön Alles getroffen Speichere ich einfach nochmal Ist die Energie wieder aufgeladen Also ich bin sehr unterlevelt, wie man sieht Das war wahrscheinlich ein Wunder, dass ich den Endboss geschafft habe Tja, ich würde ja jetzt sagen, wenn mir jemand Gips geben kann Aber das kann ich gar nicht sagen Denn wenn ich das hier hochladere, habe ich schon durch Und da haben wir auch schon in der nächsten Level Also hätten es fast drei Level abgegeben, der Golem Könnt ihr jetzt mal sehen Ich bin ja, ich bin ja Ich bin ja, ich bin ja Das war's für heute. Ah ja, hier wird es jetzt weitergehen Ah ja, hier wird es jetzt weitergehen 5 Brau, ja gut, 100 Wunder Ja, die ziehen wir aber an Ich brauche Defensive Dann bleibe ich lieber ein bisschen dümmer Ja, die hier ist jetzt weitergehen Ah, ok. Den kenne ich. Ich bin jetzt mal nicht zu kennen. Ich bin jetzt mal nicht zufrieden. Ich bin jetzt mal nicht zufrieden. Ich bin jetzt mal ein bisschen zufrieden. Und ich bin jetzt mal ein bisschen zufrieden. Das müssen wir in den Speicher funktionieren, bitte. Oh, okay. Da sind wir direkt vor allem. Da weiß ich nicht gleich, wo ich hingehen muss. Gut, Leute. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht spiele ich nachher noch weiter. Aber erstmal verabschiede ich mich von euch und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also, macht gut, euer D'Shepard82.